Unter Planetenmetallen versteht man diejenigen Metalle, die im Altertum den damals bekannten Planeten zugeordnet wurden. Diese Metalle sollten die charakteristischen Eigenschaften der jeweiligen Planetengottheit widerspiegeln, beispielsweise das Waffenmetalleisen, den Kriegsgott Ares bzw. Mars, oder das Spiegelmetall Kupfer, die Liebes- und Schönheitsgöttin Venus, Zuordnung. Geschichte In der Antike war die Zuordnung nicht einheitlich. Es war üblich, das schwere Blei mit dem langsamen, lichtschwachen Saturn, Gold mit der Sonne und Silber mit dem Mond gleichzusetzen. Aber Origenes beispielsweise verband Kupfer mit dem rötlichen Mars, Zinn mit der glänzenden Venus und die Legierung mit Jupiter. Diese Planetenmetalle und ihre Elementsymbole behielten ihre Bedeutung bis in das 18. Jahrhundert und waren ein wichtiger Bestandteil astrologischer und alchemistischer Lehren. In der dadurch beeinflussten Paracelsus-Medizin etwa spielten sie eine wesentliche Rolle. Noch heute werden die Planetenmetalle homöopathisch dosiert in der anthroposophischen Medizin verwendet. Weitere Nach der Entdeckung des Planeten Uranus 1781 setzte man die Tradition fort und ordnete ihm das Platin zu. Von dessen alchemistischem Symbol leitet sich auch eines der beiden Uranus-Symbole ab. Als Martin Heinrich Klapproth 1790 jedoch das Uran entdeckte, nannte er es nach dem neuen Planeten Uranium. Ebenso wurden die 1940 entdeckten Elemente Neptunium und Plutonium nach dem 1846 entdeckten Planeten Neptun und dem 1930 entdeckten und damals noch als Planet klassizifierten Zwergplaneten Pluto benannt. Auch das 1803 entdeckte Element Zerr hat seinen Namen vom zwei Jahre zuvor entdeckten Zwergplaneten Zerres. Das 1803 entdeckte Element Palladium hat seinen Namen vom ein Jahr zuvor entdeckten Asteroidenpalast. Der Erde wurde kein Planetenmetall zugeordnet, da sie im Altertum noch nicht als Planet galt. Allerdings steht eines ihrer Symbole, die Glyphe, in der Alchemie für Antimon.